Musik 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 Lieber mal so Uah Das ist nicht nett von euch Gästen gibt mal Geschenke, keine Schüsse Oh Alter Die wollen mich hier runter ballern Das ist nicht nett Ja, der eine ist schon tot Haben wohl die Granaten doch weh getan Freut mich Komm schon Du hast kein Leben mehr Ja Richtig so Stirb lieber Stirb lieber bevor sich jemand verletzt Ja Ach Wieder ein kleiner Leck Lol Wir müssen hier schon die Hälfte tot Doch gar nichts gemacht Lola, bin ich Ich Glaube Ich habe mich durch diesen Leck Ein wenig gedreht Boah ist das bescheuert Ja Ja Wir haben wieder neue Mucke Jetzt haben wir voll die Untergrundmucke Geil, Alter Richtig geil Weg mit euch Alter Wo wirfst du hin Hey Ich bin hier Guck euch mal an Ah Schade Manchmal explodieren die nicht nur einmal Sondern irgendwie drei, viermal hintereinander Wenn wirklich alle Dinger gleich treffen Und dann äh Ja Ne So Ich brauche Lebenskraft Lebenskraft Da ist nichts Auf der anderen Seite ist der Gegner Da hin Jetzt ist er weg Ne der ist tot Der ist schon tot Voll die geile Mucke Ernsthaft Ist richtig richtig Trendig Und trendig Ist auch heute das trendige Wort So Wo geht's denn hier lang Oh ja Mir gefällt die Mucke echt irgendwie Bescheuert aber Ist halt so So Hier lang Kontrollpunkt abgeschlossen Geil Wo Alter Ich hätte eigentlich gedacht, dass der mir Sofort einen rein drücken will Aber er hat's nicht getan, weil er voll der Nette ist Der auch nicht Der auch nicht Und der war dumm, weil den mag ich nicht Weil er ein Schild hat Schildträger sind scheiße Wow Alter Weg mit dem Oh Eine bessere Waffe Das heißt irgendwo hier muss noch ein Tube liegen Wenn's Wenn's die Muni dafür gibt, dann muss die Tube hier auch irgendwo liegen Sie muss Und Das, was nicht so gut ist Die andere Dingweise ist, wenn hier eine Tube liegt, dann muss hier auch was passieren Nicht geil Hm Hä Ah Hier da Ich hab sie aber nicht gefunden Merkwürdig, naja geil Wir haben die Pistole und die Pistole ist auch ziemlich geil Der Eingang des Kontrollzentrums befindet sich auf der Spitze der Pyramide, also hoch Wir sollten uns einen dieser Ghosts schnappen Wir werden die Feuerkraft brauchen An deinem Fuß, an deinem Fuß Gut, dass die Pistole so silenced ist Header Header, ein Header Wir haben ihm ein Header gegeben So Hallo, geile Schnitte da hinten Willst du dich hier battlen? Ja Viel stärker als du Oh Oh Ausweichen Alter Auch damit Hey, wir battlen uns gerade Und dringt nicht in ein Seriöses Battle ein Das ist nicht freundlich Du da oben Lässt die Scheiße auch, okay Wow, wow, wow Jetzt kommt hier Battle Royale, Alter Jetzt Es ist keine Party mehr Es geht's darum, wer den Längeren hat zwischen den beiden hier Und das Bin ja eindeutig ich Nice Und wenn ich's vorher nicht war, dann bin ich's auf jeden Fall jetzt Denn wenn der jetzt runterkommt Dann kriegt der auf die Fresse Und das gehöre ich Na gut Naja gut Springspinne Muss ich sagen, persönlich Also echt Ernsthaft Jung Äh, ich bin da noch nie runtergefallen Ich war noch nie so blöd Er wollte fliegen lernen Wie ein Vogel Der weicht aus, weil er weiß, dass ich Die Ups hab Boah, alter weicht der gut aus Ah Ah Alter Ich hab' keine Chance eigentlich im Nahkampf so Weil das wirklich ein Nahkampf ist Alter Hab' ich Glück gehabt Ich weiß gar nicht, was der andere Ich weiß nicht, was mit dem anderen passiert ist Der eine, der rumgefahren ist Wo der rumpübbelt Naja War jetzt nicht so schwer So So, und jetzt haben wir eingeparkt Aber ich glaube Es wäre praktischer Äh, trotzdem hier alles abzuräumen Äh Tjuu Es war ein schönes Bild Mit seinem Gesicht Egal, mach mal auf, ne Ungeil Sehr, sehr Ungeil Verpiss dich, verpiss dich Alter, ich hasse diesen Lichtschwertschirm Ich hasse ihn über alles Aber mega easy Wir machen die alle kalt Aber mega easy Wir machen die alle kalt Aua Vermöge ich, weil ich mit dem Mittelfinger auf B drücke Die ganze Zeit nur Nur durchlaufen Fährt man hier runter? Ne Okay Die Waffe bringt uns jetzt nicht mehr viel Dann würde ich sagen, nehmen wir die da Voll so aus, dass man hier runterfallen würde Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Scan läuft Alle in der Nähe befindlichen Soldaten der Allianz wurden eliminiert Weiter zum Kontrollzentrum Okay Ja, ist irgendwie ziemlich einfach Ja Ah ja Ja Halo's Kontrollzentrum Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Alles okay? War nie besser. Diese Masse Informationen können Sie sich gar nicht vorstellen. So viel Wissen, so schnell. Fantastisch. Was für eine Waffe ist es denn? Wovon sprechen Sie? Konzentration. Halo. Wie setzen wir Halo gegen die Allianz ein? Dieser Ring ist kein Knüppel, Sieh-Barbar. Er ist was ganz anderes. Viel bedeutender. Die Allianz hatte Recht. Dieser Ring. Die Blutsväter. Datenzugriff. Ja, die Blutsväter haben diesen Ort gebaut, den sie Festungswelt nannten, um... Moment. Das kann doch nicht sein. Oh. Narren, Sie müssen es gewusst haben. Sicher gab es Zeichen. Langsam. Ich komm nicht mit. Die Allianz hat etwas gefunden. In diesem Ring. Etwas Furchtbares. Und es macht Ihnen Angst. In diesem Ring? Wo? Der Käpt'n. Wir müssen ihn aufhalten. Kies? Was sollen wir... Das Waffenlager, das er sucht, ist nicht... Er darf auf keinen Fall da rein. Ich verstehe nicht. Keine Zeit. Los. Finden Sie Kies. Halten Sie ihn auf. Bevor es zu spät ist. Okay. Was kann da wohl passiert sein? Die letzte Meldung vom Landungsschiff des Käpt'ns kam aus dieser Gegend. Vor über zwölf Stunden. Wenn Sie den Käpt'n haben, rufen Sie durch und ich hole Sie raus. Okay. So. Wir sind gelandet. Wir wissen, dass irgendwas Merkwürdiges abgeht. Aber was... Was geht da ab? Das ist die Frage. Und... Da hat einer gerade geredet. Alles klar. Womöglich braucht der Hilfe. Wir werden sterben. Ja. Guck mal her. Das war ich doch endlich. Weg mit dem. Weg mit dem. Stürb, Schildmann. Boah, die könnten echt rausgeworfen werden aus dem Spiel. Das wäre mir so egal, ob die dabei sind oder nicht. Harek! Drecksack, Alter. Einmal nur ein Drecksack. Ich glaube, wenn wir hier runterfallen, dann kommen wir zum Anfang zurück. Oh, was ist das denn? Ja, bestimmt irgendwie sowas. Okay. Ah, kann auch hochlaufen. Alles klar. Ist womöglich... Kleiner Mini-Lag gewesen. LoL. What the... Alter. Ihr seht die roten Punkte. Gefällt mir gar nicht. Entdeckung. Alter. Erst rennen sie weg und danach, wenn ich hingehe, dann wollen sie auch wieder alle hinhängen. Zieh dich, Alter. Zieh dich. Wir müssen ihn auch auf die andere Seite, oder? Vielleicht gibt es da was... Lebensmäßiges. Alter. Wo? Juhl, ey. Boah. Zieh dich, Alter. Weg mit dem, ey. Weg. Einfach nur weg mit dem. Leben. Irgendwie. Was? Was mir Leben gibt. Da oben. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nee. Da kamen wir her. Okay. Ja, gut. Dann... Geh mal weiter. Ich hör so Echsen-Geräusche. Dann gehen wir mal da rum. Und betätigen den Schalter. Ah, Aufzug. Oh, Leute. Das, nehm ich mit. Nein. Oh, nee. Oh, nee. Boah, das war jetzt gerade purer Skill. Boah, das war jetzt echt peinlich. Wenn ich hochspringe... Okay, dann falle ich schneller als der Aufzug, weil der Aufzug ziemlich, ziemlich schnell runtergeht. Okay. Wow. Rotte Punkte. Stirb da hinten. Schon wieder so Schilddinger, ey. Schilddinger. Ah, friss einfach mal. Richtig dick. So, nochmal Granate rein. Ich nehme mal die anderen Granaten, weil von denen kriegen wir mehr. Angestupst. Uah, okay. Alter, Aua. Aua. Hör auf damit. Junge, Pause, Mann. Sieben, wie im Spielen damals, ja. Immer mal kleine Pause. Gönnt man sich doch mal kurz. Immer nur ernst machen und ernst machen und ernst machen. Ich glaube, da unten geht's weiter, wo der kleine Typ da steht. Oder? Gibt's ja noch Leben. Leben, Leben, Leben. Medipack. Wuhu. Hast du kein Schild mehr? Oh, es tut mir jetzt aber leid. Alter, musst du wohl sterben, ne? Bzw. bist halt gestorben. Boah, da solche Gänge hasse ich. Zwei Stück von denen, weißt du? Weil einer mich nicht schon genug anpisst. Jetzt weg mit dir, Alter. Weg mit dir. Was fällt denn da runter? Ich dusche mich. Ich dusche mich. Ja, ich dusche mich. Und ich hab mein Auge gekratzt. Oh, ein Gegner. Oh, du hast voll gegähnt, wa? Hat doch ne Waffe gehabt gerade eben. Alter, was ist denn hier abgegangen? Die hatten aber richtig geile... Die hatten richtig geile Lonzierparty da. Die haben ja richtig abgespritzt, ey. Komme ich von da? Ne. Doch? Ne. Was ist das denn? Hm? Kann ich da rein? Ah, ja. Okay. Sehr gut. Kontrollpunkt. Zurück! Zurück! Hallo, ich bin ein Kumpel von dir. Warum zielst du auf mich? Wow. Alter. Warum hat der auf mich gezielt? Okay. Ja. Ich seh halt aber gar keine Allianz-Viecher. 100 Muni, Alter. 100 Muni, ey. Mega geil. Nehme mal die Waffe. Äh. Geht das? Aber vielleicht kann ich's so da drauf. Ja. Ah, nice. Ja, das geht also doch da lang, okay. Ja. Aber... Ich weiß jetzt nicht, ob es vorhin noch einen anderen Durchgang gab. Ich glaub jetzt aber mal nicht, oder beziehungsweise... Ich hoffe jetzt aber mal nicht, weil ich zu faul bin, zurückzulaufen. Ah, das ist ja Raum, ne? Ah, okay. Ja, dann gibt's womöglich keinen anderen Eingang. Okay, alles klar. Dann sind wir wohl den... den richtigen Weg gelaufen. Hallo. Ich hab nur auf das Eingang... Okay. Ob das eine Geräusch hat... Oh, ne Waffe. Warte mal, wie viel mal die hatten die? 192? Ne, ne. Ne, bestimmt nicht so viel. Warte mal, hier bist du... Und... Und... Die hat... Die hat... Die hat... 202... Macht mir jetzt nicht so viel. Oh, oh. Leben. Äh. Und Tod. Leben und Tod gleichzeitig zusammen vereint. Schön. Nicht? Oh. Kann ich wohl nichts drücken. Dann gehen wir hier lang. Dann gehen wir hier lang. Okay, was geht ab? Okay, wir hören... Wir gucken oder hören glaube ich gerade was an. Mal sehen, was das ist. Warum müssen wir uns dauernd diesen alten Kram anhören, Sarge? Weil dieser Kram ihre Geschichte ist. Er soll euch Ledernacken daran erinnern, wofür wir den Kopf hinhalten. Also, wenn die Allianz diesen Teil meiner Geschichte auslöscht, ist mir nur recht. Ja, besser das als uns. Bieten Sie es Ihnen nächstes Mal an, Bizanti. Die werden Ihnen sicher gern helfen. El Z sieht gut aus. Ich bringe uns runter. Los, los, los! Okay. Okay. Run, run, Jenkins! Mendoza, Bewegung! Warten Sie auf den Käpt'n und seinen Trupp. Und dann rein. Sir! Okay, gehen wir! Erstmal vorspulen. Viel cooler. Vorspulen ist immer besser. Die haben voll die HD-Camps, ne? Boah, ist das dunkel. Das ist doch irre! Sehen Sie sich das an! Irgendetwas hat ihn aufgerissen und die Innereien zerfetzt. Was ist das? Plasma-Treffer? Möglich, keine Ahnung, ein Unfall. Von den eigenen Jungs aus Versehen erschossen. Was gibt's, Sergeant? Sieht wie eine Patrouille aus. Knallharte Elite-Einheit. Alle tot. Reizend. Freunde von Ihnen? Das wüsste ich. Okay. Wusstest ich Roulette gespielt womöglich, ne? Mit Shotguns. Fein. Machen wir diese Tür auf. Ich versuch's, Sir. Sieht so aus, als hätte die Allianz sie ziemlich gut verriegelt. Ausführung. Ja, Sir. Mir schwant Böses. Oder Schlechtes. Oder wie man das sagt. Ich hab's ein mieses Gefühl. Sie haben nie ein gutes Gefühl bei etwas. Sergeant, hörte mich! Was geht hier vor, Soldat? Wir haben Centro-Kontakte. Jede Menge. Aber die sind nicht von der Allianz. Die machen uns platt. Nein! Nein! Corporal, hören Sie mich! Mendoza, sehen Sie zu, dass Sie zum zweiten Trupp kommen. Finden Sie raus, was hier los ist! Aber... Keine Widerrede, Soldat! Ich habe einen Befehl erteilt! Hören Sie, Sarge! Was ist das? Wo kommt das her, Mendoza? Von überall, es ist... Da! Schaut! Wo ist das? Ruhig bleiben! Ruhig bleiben! Zeigt es ihnen! Sergeant, wir sind umzingelt. Verdammt, Jenkins! Feuern Sie endlich! Es sind zu viele, Sergeant! Versuchen Sie das nicht, Mary! Das ist Wahnsinn! Kommen Sie zurück! Das ist ein Befehl! Jenkins! What the fuck? Okay, das ist ein wenig krass. Okay. Na gut, dann gehen wir zurück, wa? Ne, können wir nicht. Da, eмов og bar ist, für dich. Okay, das ist zu